Das Devil, ein vierjähriger Schwarzborner Hengst aus der US-Springpferdezucht von Diarado, aus seiner Mutter von Lancer 3, Accord 2. Typvoll, gut proportioniert und harmonisch, mit hübschem, fein modelliertem Kopf. Das ist das Devil. Er wurde 2013 in Redefien gekört und absolvierte bereits seinen 30-Tage-Test in Münster-Handorf. Er hatte eine gewichtete Springendnote von 8,38. Springanlage und Charakter wurden mit Noten bis 9,5 bewertet. Das Devil ist ein Sohn des Diarado, der selbst bis zur schweren Klasse erfolgreich ist und bereits 27 gekörte Söhne aufweist. Die Nachkommen der Mutter von Das Devil sind bereits in internationalen Prüfungen bis zur Klasse S2-Stern erfolgreich. Das Devil, ein typvoller, harmonischer Hengst, der durch sein imposantes Springvermögen mit guter Baskül hervorsticht. Das Devil, ein typvoller, harmonischer Hengst, der durch sein? Das wird vom inforgerät gehad. Das war's-Verbenserspray.